Moin so meine Driverinos, der Release der Dual Motor Hilde steht uns kurz bevor, wir werden uns in der nächsten Woche eine auch für entsprechende Tests abholen, jedoch habt ihr wichtige Fragen zum Thema des Akkus, heute will ich schon mal 3-4 im Vorfeld beantworten und ich würde sagen wir starten einfach mal ganz leicht rein in das Video. Eines der wichtigsten Fakten und Fragen die ihr habt zu dem Fahrzeug ist natürlich die Akkugröße und wie weit man dann schlussendlich mit dem Fahrzeug fahren kann. Trittbrett gibt hier einen Wert an von 45 Kilometer bei einem 20 Amperestunden großen Akku auf 48 Volt, das heißt wir sprechen hier von 960 Wattstunden. 45 Kilometer halte ich bei der Controller Kombination für sehr niedrig, also ich würde sagen das ist eher so die Winterreichweite, also hier hat Trittbrett den Wert wirklich human angegeben, eure Sorge war natürlich gewesen wenn da 45 Kilometer steht lande ich schlussendlich bei 20 Kilometern, einfach aus dem Grunde weil meistens diese Werte die dort angegeben werden wirklich sehr überschwänglich dimensioniert sind, in dem Fall sind sie sehr unterdimensioniert angegeben. In dieser Akkugröße 960 Wattstunden sollten wir in den Sommergefilden auf jeden Fall mindestens 60 Kilometer erreichen, jetzt so bei den aktuellen Wintergefilden sollten wir auf jeden Fall safe um die 50 Kilometer denke ich mal erreichen und da seht ihr schon diese 45 Kilometer hier mit so einer 100 Kilogramm Zuladung im NRW-Rumraum, das kommt schon relativ gut hin. Das heißt dieser Wert ist diesmal wirklich sehr unterdimensioniert angegeben, also die Motoren die müssten schon dermaßen ineffizient laufen, damit dieser Wert irgendwie ein Sommerwert wäre und im Winter kommt er auf 10 Kilometer raus. Seid da auf jeden Fall gespannt auf die Reichweitentests, wir werden mit der Hilde 2.0, Hilde the Beast quasi die ganz normalen Tests hier auch durchführen, wie wir sonst auch machen, das heißt wir werden von hier aus über Waltrop, Datteln, ja Vlesheim, Haltern am See und wieder zurückfahren. Ihr kennt ja den Reichweitentest bei mir auf dem Kanal, das sind so gut 27 Kilometer hin und wieder zurück, dementsprechend für den Winterreichweitentest meistens so, dass ich ein Stückchen laufen muss, für den Sommerreichweitentest fahre ich dann noch so ein paar extra Sachen hier so durch die Gegend. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden sie auf jeden Fall im selben Reichweitentest sehen, wie wir es mit allen anderen Fahrzeugen auch machen und ich denke mal so die realistische Angabe für den Sommerwert mit 100 Kilogramm Zuladung, sollten wir auf jeden Fall um die 60 Kilometer schon landen, könnten auch durchaus 70 und plus sein, was so die Winterreichweite angeht, 45 würde ich echt schon so als Mindestmaß ansehen, ich würde aber schon sagen, dass wir so Richtung 50 Kilometer tendieren. Na das schon mal vorweg zum Thema der Reichweite. Was jetzt auch ein wichtiger Punkt gewesen ist, ist die Sache mit dem Aufladen, denn bei der Hilde 1.0 als auch jetzt die Dualmotor Variante, da liegt ein 10 Ampere Charger mit dabei und das ist schon relativ schnell im Verhältnis zu allem, was man sonst so kennt. Denn bei uns in der E-Scooter-Szene ist es üblich, dass wir mit 2 Ampere aufladen oder mit weniger. Selten liegt ein 3 Ampere Netzteil mit dabei und Schnellladenetzteile sind häufig 4 Ampere. Da wirkt 10 Ampere dermaßen viel, dass viele Leute schon Angst haben, dass der Akku kaputt gehen kann und sich deswegen langsames Netzteil kaufen wollen, einfach um den Akku zu schonen. Man kann den Akku ein wenig mehr schonen, wenn man ein kleineres Netzteil mit dabei nimmt, das ist aber ein sehr geringes Ausmaß. Warum ist das ein sehr geringes Ausmaß? Wie gerade schon erwähnt, der Akku ist 20 Ampere Stunden groß und wir laden mit 10 Ampere auf. Das heißt, wir sind bei einer Laderate von 50%, also 0,5c und das ist noch wirklich vollkommen human. Dieses Telefon oder Tablet, auf dem ihr hier gerade dieses Video schaut, das lädt vielfach schneller auf. Heutzutage die Handys und Co, die sind alle in unter einer Stunde voll aufgeladen, weil die diese kleinen 15 Watt Akkus mit 45 Watt und mehr reindonnern. Ich glaube, die Xiaomi Handys sind mittlerweile bei 240 Watt und 8 Minuten Aufladen und so ein crazy Zeug. Also macht euch da wirklich keine Gedanken. Dieser 10 Ampere Charger klingt viel im Verhältnis zu diesen ganzen E-Scootern, die wir so gewohnt sind. Jedoch müsst ihr bedenken, der Akku, der ist auch entsprechend groß. Wir haben hier fast eine Kilowattstunde mit 960 Wattstunden. Und es ist wichtig, immer nur das prozentuelle Ladeverhältnis, die sogenannte C-Rate. In dem Fall sind wir bei 0,5c. Das ist wirklich noch sehr, sehr chillig. Haben wir ja schon öfters in Videos darüber gesprochen. Wirkliches Schnellladen ist erst, wenn es über 1c Laderate geht. Das heißt, wir bräuchten ein Netzteil zum Aufladen mit über 20 Ampere. Da könnte man 30, 40 lockerflockig reindonnern. Dann bräuchte man aber Ladekurven, damit dann mit Temperaturgefälle und alles schön beachtet wird. Und so, da wird es dann relativ kompliziert und all so eine Geschichten. Aber glaubtet mir, 10 Ampere Charger, das ist eine gute, schnelle und zügige Geschichte. Gerade wenn ihr unterwegs schön aufladen wollt. Und ihr müsst euch da keine Gedanken machen, dass euch der Akku dadurch super schnell runtergerockt ist. Weil wir halt, wie gesagt, von einer Laderate von 0,5c sprechen. Dementsprechend macht euch da keine Gedanken. Hier donnern mal wieder die Nachrichten rein. Was können wir noch zum Akku sagen? Genau, der wird im Vergleich zu Hilde 1.0 fest verbaut und kann nicht mehr ausgewechselt werden. Fand ich auch ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, die Thematik bei der Hilde 1.0, das als Wechselakkusystem zu betrachten, weil die Entnahme halt komisch und kompliziert war. Da kann ich mir vorstellen, wäre das bessere Vermarktungskonzept einfach gewesen, hey, wenn mal der Akku defekt ist oder sonstiges, könnt ihr den einfach austauschen. Aber den als Standard-Austausch nutzbaren Akku zu nutzen, dafür war es zu kompliziert, den auszubauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist jetzt auf jeden Fall fest verbaut im Verhältnis zu Hilde 1.0. Das muss euch auf jeden Fall bewusst sein. Das heißt, ihr könnt euch keinen zweiten oder dritten Akku kaufen, um eure Reichweite zu verlängern. Mein Tipp an euch ist wirklich, im Fall der Hilde, holt euch so ein Adapterkabel, das ihr auch an den Autoladesäulen und Co. laden könnt. Da habt ihr so einen Adapter von diesen CCS-Schnittstellen und so weiter auf den Schokostecker und da könnt ihr dann euer Netzkabel einfach dranhängen. Wichtig ist, bei den normalen E-Scootern macht das wirklich gar keinen Sinn, weil ihr wollt euch nicht acht Stunden da hinstellen und selbst wenn ihr euch nur eine Stunde da hinstellt, habt ihr kaum Reichweite aufgeladen. Dafür ist das Kabel zu teuer und eure Zeit zu schade. Im Fall von einem 10 Ampere Charger könnt ihr da relativ zügig und schnell eine ordentliche Menge an Reichweite draufdümpeln. Je nachdem, wie viel Reichweite wir schlussendlich mit der Hilde rausmachen, sagen wir mal, es wären schlussendlich 60 Kilometer, die wir erreichen, dann würden wir damit gute 30 Kilometer pro Stunde aufladen können. Und das wäre schon eine Sache, wo es sich lohnen wird, so ein Netzkabel mitzuschlören und dann unterwegs in irgendwelchen Cafés oder was weiß ich, wo man irgendwo aufladen kann oder ich sage mal, an manchen Seen und Co. sind ja auch so E-Bike-Ladestellen. Da wird es sich wirklich lohnen, das Fahrzeug kurz anzuschließen, irgendwie ein bisschen spazieren zu gehen, Eis essen zu gehen oder so und danach eine ordentliche Menge weiterfahren zu können. Also ich sage euch ganz ehrlich, so dieses Konzept, ein Kilowatt großer Akku bis 1,5 Kilowattstunden und dann möglichst schnelles Ladeverfahren, empfinde ich persönlich als sinnvoller, als dann 5 Kilowattstunden Akku reinzudümpeln für alle Leute, die maximal weit fahren wollen und dann brauchst du gefühlt drei Tage, um den wieder aufzuladen. Schnelles Aufladen ist wirklich eine gute und schnelle Geschichte, eine sehr gute für die Zeit und Lebensqualität. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon in den Videos gesagt habe, aber dieser Schritt 10 Ampere Charger macht euch da keine Gedanken, das ist wirklich eine sehr gute Geschichte. Sind wir da schon quasi wieder zurückgerutscht. Nächste wichtige Frage war auch gewesen, die Hilde soll ja sehr viel Leistung bekommen. In der USA Edition hat man gesehen, da können die mit dem Motoren 75 kmh fahren und eine ordentliche Menge an Leistung rausdrücken. Und da war jetzt natürlich die Frage, ob bei der Akkugröße das irgendwie schäglich ist. Wenn ihr euch mal anguckt, die aktuellen 1600 Watt E-Scooter-Klassen, die es so gibt, die gibt es ja auch immer in drei unterschiedlichen Akkugrößen. Häufig ist es so, dass wir nahe der 1 Kilowatt-Grenze sind oder 800 Wattstunden. Und die kleineren Akku-Varianten sind dann häufig so 600 und 480 Wattstunden. Wenn ihr euch das mal hochrechnet, auf die 1600 Watt, die entnommen werden, kommen wir da so auf ähnliche Verhältnisse. Das heißt, man kann sagen, jetzt mit so einem 1 Kilowattstunden großen Akku können wir da lockerflockig 3000 Watt auch rausnehmen. Das wäre dann eine Entnahmerate von 3C. Das wäre auf jeden Fall möglich. Wie viel Leistung schlussendlich die Hilde hier in Deutschland freisetzen wird, das werden wir natürlich am E-Scooter Olymp & Co. wie uns immer ganz genau anschauen. Natürlich auch den Dauerbelastungstest am Höllenhang, um zu schauen, ob er die Leistungswerte auch dauerhaft abliefern kann und diese Geschichten. Aber vom Grundsätzlichen her würde ich in der Theorie vermuten, dass wir so circa bei 2400 Watt plus landen würden. Einfach aus dem Grunde, wir könnten noch eine höhere Peakleistung erreichen, dann wird es aber schwierig so mit gewissen Tests hier in Deutschland. Und da die Hobbywing-Controller ja so konzipiert sind, dass sie wirklich, egal an welchem Punkt ihr euch befindet, immer die optimale gleichmäßige Leistung freisetzen, damit ihr einen schönen gleichmäßigen Durchzug habt, können die Peakleistungen nicht so exorbitant hoch angesetzt werden, sondern die müssen so ein bisschen runtergeschraubt werden. Dafür habt ihr aber, egal in welchen kmh-Bereichen, den Vorteil, dass gleichmäßig viel Leistung abgesetzt wird. Das habt ihr bisher bei allen Hobbywing-Scootern hier auf dem Kanal gesehen. Und sobald es halt kein Hobbywing-E-Scooter gewesen ist mit einem Hobbywing-Controller, ist es grundsätzlich einfach immer so, dass die abhängig von der Geschwindigkeit beschleunigen, dass die nur von 3 bis 6 kmh gut beschleunigen. Danach kannst du die am Berg komplett knicken und Sonnefaxen, alles relativ kompliziert. Hobbywing in der Natur ist immer dafür prädestiniert, dass ihr einen gleichmäßigen, vernünftigen Spaß mit dem Fahrzeug haben könnt, einfach eine kontrollierbare Leistung. Im Fall des Controllers, der in der Hilde 2.0 verbaut worden ist, der Dual-Motor-Controller von Hobbywing, da kann ich euch sagen, das war bis Mitte des Jahres das heftigste Ding, was Hobbywing überhaupt angeboten hat. Also das ist wirklich die absolute High-End-Klasse. Und deswegen denke ich mal, werden wir da reichweitentechnisch auch nicht so pessimistisch, unterdimensioniert ankommen, wie Trittbrett das angibt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde das richtig gut, dass sie das machen. Einfach aus dem Grunde, da wird sich diesmal keiner beschweren, dass er irgendwelche Reichweiten nicht erreicht oder sonstiges, sondern alle werden super erfreut sein, weil garantiert jeder weiterfahren wird als 45 km. Also da muss ich wirklich, glaube ich, schon Richtung maximale Zuladung oder sonstiges gehen. Wäre ein Spielchen, was wir uns mal für den Sommer ausdenken könnten, irgendwie mit Zusatzgewichten und Co. zu fahren und herauszufinden, wie man die niedrigstmögliche Reichweite da irgendwie rausdrücken kann. Aber so vom Grundprinzip sage ich euch ganz ehrlich, die Reichweiten wird jeder übertreffen. Es gab keinen E-Scooter, den ich jemals getestet habe, der mit 960 Wattstunden nur so wenig weit gefahren wäre, egal ob Dual-Motor oder sonstiges. Also da macht euch wirklich gar keine Gedanken. Das war wirklich einer der schwierigsten Punkte in der Community. Einfach, weil man gewohnt ist, dass die Reichweitenangaben immer überschwänglich angegeben werden und am Ende nur die Hälfte erreicht wird. Also da macht euch keine Sachen Gedanken. Das ist einfach ein Formenfall der Physik. Wir haben die entsprechende Wattstundenmenge an Akku. Wir haben einen ultimativ guten High-End-Controller, der super effizient ist und keine Ahnung was. Also da müssten die Motoren schon sehr, sehr schluderig sein, damit da eine dermaßen heftige Ineffizienz entstehen würde. Und das ist, denke ich mal, nicht der Fall. Wir werden es auf jeden Fall sehen, entsprechend in den Videos. Aber ich sage euch da schon mal im Vorfeld, macht euch da keine Gedanken. Da sollte nichts entsprechend bei rumkommen. Andere wichtige Frage ist auch, wie sieht es allgemein mit der Qualität der Zellen aus? Denn wir müssen ja sehr viel Leistung aus den Zellen rausnehmen. Gleichzeitig wird er auch in Anführungsstrichen schnell aufgeladen mit 10 Ampere und einer Laderate von 0,5c. Sind die Zellen qualitativ hochwertig? Was ich cool finde bei TripBrit ist, dass sie uns ganz genau sagen, welche Zellen verbaut sind. Das heißt, sie sagen nicht nur, es ist Samsung oder es ist LG verbaut, sondern sie geben uns direkt den Zellentyp an. Den kann man bei Google reinwerfen. Kann man sich das Datasheet raussuchen. Die Mühe habe ich mir für euch gemacht. Ist unten im ersten Kommentar drin verlinkt. Da könnt ihr draufklicken und könnt euch ganz genau anschauen, wie verhalten sich die Zellen beim Aufladen, Entladen, bei welchen Temperaturen darf ich das machen. Die ganzen Technoids wissen so ganz genau Bescheid, was ist eigentlich in meinem Akku drin verbaut. Und da sieht man, das ist die absolute High-End-Klasse, was jetzt das große Akku-Volumen bei Samsung angeht. Denn eine Sache ist auch vielen nicht bekannt. Und wenn da draufsteht, bei irgendeinem E-Scooter, hey, wir haben LG verbaut und so, ist alles super High-Quality, muss das nicht unbedingt sein, dass das viel krasser ist, als vielleicht ein bisschen günstigerer Akku. Was meine ich damit? Ihr kennt alle aus der Technikwelt, von Samsung zum Beispiel Fernseher oder Smartphones. In den High-End-Bereichen sind die die besten ohne Flachs. Also da gibt es kaum was drüber, egal ob Fernsehtechnik, Handy-Technik oder Sonstiges. Allerdings gibt es von denen auch Preisklassen, die sind sehr, sehr weit unten. Das steht dann auf dem Gerät Samsung drauf, aber trotzdem ruckelt die Oberfläche und keine Ahnung was. Wisst ihr, wie ich meinte, zahlt ihr viel für Namen und Co. Und genauso ist das bei den Batteriezellen auch. Es gibt von LG, Samsung und den ganzen anderen Zellenfertigern unterschiedliche Zellenqualitäten, sage ich jetzt mal. Also die haben alle eine hohe Qualität, aber die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt Akkus, die haben ein bisschen weniger Milliampere Stunden, drin, dafür sind die sehr gut geeignet, zum Beispiel für Akkuschrauber und Co. Da habe ich euch von Einhell zum Beispiel mal so Akkus gezeigt, die sind so ganz klitzeklein gewesen, wie eine Faust, wie eine geballte Faust. Und trotzdem könntest du da 2 Kilowatt Leistung einfach rausziehen aus so einem kleinen Akku. Das ist einfach total crazy, dass du einfach 2 Kilowatt Leistung aus so einem klitzekleinen Akku rausziehen kannst. Quasi kannst du mit zwei dieser Akkus jeden beliebigen E-Scooter betreiben sozusagen. Worauf ich hinaus will ist, man kann Akkus so bauen, dass sie entweder sehr viel Leistung abgeben können, maximal viel Energie sparen können oder dann in den teureren Preisklassen, dass sie quasi einfach beides können. Zwar dann nicht so gut, wie die jeweiligen einzelnen High-End-Vertreter ihrer Klasse. Allerdings, wenn man sehr viel Geld ausgibt, dann kann man eine Zelle bekommen, die aus beiden Welten quasi so eine Fusion haben. Und wenn ihr den Zellentypus mal googelt, dann findet ihr sehr viele, sehr, sehr gute Informationen zu den Zellen. Denn das gehört mit so zu den Top-of-the-Top-Zellen, die Samsung so mitbietet. Das ist auch mit einer der Gründe, warum der Akku nicht noch sehr viel größer geworden ist, weil der Akku dann noch sehr viel teurer geworden wäre. Denn wenn ihr euch mal anschaut, wie viel so eine einzelne Zelle für Otto-Normalverbraucher kostet, im Verhältnis zu dem, was so andere Zellen kosten in dieser Größe oder Dimensionierung, dann werdet ihr feststellen, ist dieser Akku wirklich schon eine sehr hohe, also ist schon mit Top-of-the-Top, was du so machen kannst. Das Einzige, was mich persönlich wirklich an dem Akku stört, ist jetzt mal unabhängig und wird höchstwahrscheinlich die meisten von euch nicht stören. Allerdings, mich als Tech-Nerd stört so ein bisschen, dass bei dieser Preisklasse von E-Scooter auf dem Akku selbst kein Smart-BMS mit Bluetooth-Funktion integriert ist, so dass ich an meinem Handy sehen kann, wie viele Ladezyklen sind da drauf, wie es der Zellendrift und Sonnefaxen interessiert die wenigsten von euch. Denn in der Regel ist es so, wenn da ein gutes BMS drauf verbaut ist, braucht ihr euch da niemals drum zu kümmern, weil das passiert alles automatisiert und ihr braucht es nicht überwachen oder euch angucken. Aber der Nerd in mir sagt mir einfach, da ist eine Informationsmöglichkeit, die gegeben wäre, die es nicht ist und das stört mich. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich persönlich hätte mir auf jeden Fall auf dem Akku so ein Smart-BMS gewünscht, wo man mit einer Bluetooth-App alle Daten aus dem Akku einfach auslesen kann, wo ich sehen kann, geht es ihm gut? Einfach so. Wisst ihr, wie ich meine? Nerd-Control-Freak. Was soll ich euch sagen an der Stelle? Auf jeden Fall werden wir das Fahrzeug uns in der nächsten Woche bei Trittbrett abholen, werden entsprechend alle Tests durchgehen, wie diese, die wir sonst so auch auf dem Kanal machen. Das heißt, Trittbrett hat uns da keinerlei Vorgaben oder Sonstiges gemacht. Entsprechend werdet er den in Höllenhang E-Scooter, Löwen, Reichweiten-Test und allen Tests sehen, die wir hier so machen. Falls ihr entsprechende Fragen, Anregungen oder Sonstiges habt, schreibt alles hier in das entsprechende Video mit rein. Ich fahre erst in der nächsten Woche zu Trittbrett hin und hole dort die Hilde ab. Das heißt, falls ihr da entsprechende Fragen habt, könnt ihr die jetzt noch entsprechend stellen. Falls ihr schon bereits wisst, ihr wollt eines der Fahrzeuge von Trittbrett haben, ich habe bereits einen Rabattcode von der Firma Trittbrett erheißen, der heißt TL10, entsprechend euch jetzt oben auch eingeblendet oder das ganze Video entsprechend über. Den könnt ihr verwenden, falls ihr schon wisst, ihr wollt euch eines der Fahrzeuge von Trittbrett gönnen und den Kanal unterstützen. Jedoch wie immer rate ich euch an der Stelle, falls ihr noch nicht genau wisst, was da abgeht, wartet wie immer, bis die Tests da sind, schaut euch entsprechende Videos bei mir auf dem Kanal an und dann könnt ihr euch am besten dazu entscheiden, ob ihr das Fahrzeug haben wollt oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt die ältere Gruppe am Fahrzeugen bei Trittbrett noch durchtesten werde, ist eher gering. Schaut euch da entsprechend andere Videos an oder wie gesagt, wenn ihr schon wisst, ihr wollt da eins, könnt ihr auch da meinen Rabattcode nehmen, um den Kanal zu unterstützen. Jedoch in Zukunft, wie immer, gilt grundsätzlich, wie bei allen anderen Herstellern auch, wartet, bis die Tests da sind, schaut euch an, was die Fahrzeuge können, wie sie im Verhältnis zu den anderen abschneiden. So könnt ihr eure optimale Wahl treffen, ob das Fahrzeug was für euch ist. Und dementsprechend würde ich sagen, haben wir jede Menge Spaß, auch in Zukunft, mit dem Hersteller Trittbrett hier bei uns auf dem Kanal. Und an der Stelle würde ich sagen, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, drive long, feel free, schönen Start ins Wochenende. Nein, ich denke, das bringen wir noch in der Woche raus, das Video. Ja, dann sage ich einfach nur, guck dir eines der nächsten Videos an. Viel Spaß auf dem Kanal. Gerne den Kanal abonnieren. Und falls du Interesse hast an den Datasheet und Co., ich packe dir das unten im ersten Kommentar und in der Videobeschreibung mit rein. Jawohl. So, für mich wird es jetzt auf jeden Fall Zeit schlafen zu gehen. Das war ein sehr langer Tag, eine sehr lange Nacht, sehr lange Zugfahrten. Lange Rede, kurzer Sinn. Gerne den Kanal abonnieren, Kommentar und Like da lassen. Ich labere jetzt alles schon wieder doppelt. Ich sage an der Stelle, drive long, feel free, wir sehen uns, meine Freunde. Macht's gut. Wir sehen uns,